Willkommen zu heute gespielt heute xkillerchicken vs. sir toby. So wir sind auf der map und ich werde alles zurecht schneiden und zusammensetzen wir spielen beide ohne texte pack dass es gleich für jeden ist und sie spielen nun hat den Punkt auf den märkten mit Festival schweizte und im Saal befindet dass sie schneiden soll oder das alles an können lassen soll ich sehe ich kann nicht das ist nicht wahr rechtlich wille der mädchen ich sehe ich gar nicht mehr zu wissen sich war wobei sie verfolgen ist sie jetzt machen ich hab die erste Runde gewonnen wir sehen uns gleich Nummer zwei jetzt auf der Map drauf auf der Map Festival und schreibt uns unten in den Kommentar oder mehr unten und unten in die Kommentare ob ihr findet dass ich an Karten lassen soll oder ich hatten soll oder vier ich hätte was nicht zu mir ja glaubt schon und zu ruhig und bis euch hätte ich bin fast nur gefallen ah heim st die Schmerz zu meinen und der Städte ist es ein bisschen das war sie dann ist es safe ja es hat um eine Wunderfelsen es ist nicht k k k st aber er kommt nicht auf die Köln Brücke das ist wirklich die Köln Brücke n was was ich mir nervt teilweise ist dass man sich nur beschränkt die Köln entkaufen kann auch das weiß wie ist das was was haben die gewonnen um ein Schiffmann okay das heißt verdammten ließen aber das bedeutet nicht dass ich Prozent sterben werde oder verwecken werden er hat immer gelockt na das musst du da ich um die macht ich hoffe einfach zu mit und zu st st nein die nein ich hasse das so sehr was muss ich das probieren ich will mich einfach rüber bauen ein so hoch wie er hat sie durfte vier was beschlecht nicht ein Güter und niemandes zu doof würden was ist so Köln es muss sich nicht was vergessen das ist doch das was vergessen ja ich darf zwei Sachen vergessen als immer so ein Fehler von mir es ist nur jetzt Brunze hallo ich höre es ist und sich im Leben aber ich werde ich schon weg locker tot gewesen locker da haben wir überlegt ich war ganz kurz und will ich auch was wohl wird es wird so gut verlieren können derzeit das sowohl schild Dingsland er der Locker Frieden durchgeführt werden ich habe ich verlohrt ich hätte es eigentlich verloren naja nicht sagt niemand K K K K dann ist ein Mann wird frei Köln ist los ja jetzt habe ich verloren nicht ja scheiße das war richtig knapp und zu wir haben ein wenig ja okay jetzt bin ich safe tot okay ich habe die zweite Runde gewonnen wir sind gleich in der dritten Runde willkommen Leute zu der nächsten Runde natürlich wieder auf der LabMap Festival und wie es aussieht habe ich gerade die vorherige Runde verloren aber ja gut das bedeutet nicht dass du verloren hast aber ich meine gut ja ich habe eigentlich ein Ding ein Hund verloren aber muss man nicht heißen letzte Runde haben wir ganz auf Gold verzichtet habe ich gemerkt ich habe auch gemerkt oh mein Gott nein 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 stirb schneller nein okay das ist echt mies das nicht wirklich zu bezüglich der Tobi nee kein Ding ach nee ich bin zu spät gestorben willkommen Leute Runde Next Round ja Runde 4 Runde Next Round mal gucken wie die Runde laufen wird das kann die entscheidende Runde für mich sein aber das muss es nicht an unbedingt und schlicht dort beschreibt uns bitte und in den Kommentar wie dieses Format mögt oder bist du jetzt erst in der Mitte oder kommst jetzt erst kommt ich bin zu es hat jetzt Gold ist aber angefangen bauen ja ich bitte darf das sage ich ja kommst du jetzt erst er ja ich weiß ich bin langsam ich habe ich jetzt mehr ums Bett gekommen diesmal ja aber wird es was nützen wir werden es sehen natürlich hat den Bogen natürlich eh so so klar nein okay habe ich dich ich bin so klar hat irgendwie 6 dass du es ist jetzt in der Mitte wie nur so ich bin so klar hat okay das war ein guter Move ja was ist es zugeben was ist die Dachdruck geben es ist ein Konkurrenz dann etwas ist es nur um die Linie das ist die 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 so so das ist was wir es ist mit man stellen was ich mit dir anstellen ich muss wieder LL Leitankaufen bis sie uns verspricht Du brauchst immer dieses Geld wie es ist schon fassbar Musiker hier immer wieder neu hochbauen und so was mich irgendwie nervt du kannst du sagst mir gar nicht trocken ne du musst die es darf nicht es darf mich irgendwie zwar ganz ehrlich ja nicht mehr das ist jetzt zu sagen Prozent Prozent jetzt aber und da wenn dann und das ist ein Mensch und in den Dunkeln wenn schon denn schon warum warum nicht KK er hat jetzt kommt dass ein bisschen gebogen also ja ich habe wirken ich hab's vergessen man warum hast du mir das sie gehen so wie ich bin ich nicht also Jürgen wieder für die Verzeihung ist und Röder müsste er schnell das ist alles sicher richtig krass auch Schettmann er ist das aber einiges besser mal das Kastor war doch die wenigen wie kann ich nicht der größer hat obwohl sich durch die Städte Städtisch ich muss jetzt reißen was du um die Säcke ist nix da kurz weg bitte wie die Städte das gewissen jeweils nicht doch war ich bin ich bin warum sterb ich so lange so kommen ja okay alles klar über treffelt ey komm schon nee ich hab das falsch gebaut nee es gebe ich mir nicht ganz ehrlich es gebe ich mir ich will das mit aufbauen fuck das ist meine base ich soll mich überbissen ja ja nein ich kann nicht gg kuchen warte wo bist du nein hör auf ok leute die letzten habe ich gewonnen also ein sieg für mich gg wieso mach ich nicht so leute wir hoffen euch hat die folge gefallen lassen daumen hoch da schreibt verbesserungsvorschläge unten in die kommentare wir hoffen ihr schaltet es nächstes mal wieder ein und haut rein dann würde ich sagen ciao 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 ciao